Rote Rosen Vorschau Folge 3974 Mo will seine Gefühle für Julius nicht zugeben. Er hat zunehmend Angst, seine Familie zu verlieren. Jordis ist überzeugt, dass Mo sie anlügt und fragt sich, ob die ganze Ehe an Betrug war. Amelie stiftet Mitarbeiter zum Streik an, um die Kinderbetreuung vor Ort zu erzwingen. Julius muss den Hotelstreik gegenüber Gunther rechtfertigen, aber er hört, dass Amelie dahinter steckt. Er sagt ihr sofort, entweder endet der Streik oder sie wird gefeuert. Elias engagierte einen Netztrainer für Laila. Er soll Lailas Social Media Präsenz fördern, um Sponsoring und Werbeverträge zu gewinnen. Laila will seine Hilfe nicht, aber Tom bietet Laila einen Deal an. Wenn er sei, dass Lampenfieber loswerden könnte, könnte er sie coachen. Und Laila muss erkennen, dass Toms Methoden seltsam und unkonventionell, aber sehr effektiv sind. Franka muss Marvin klar machen, dass sie es mit der Trennung ernst meint. Als Marvin das allmählich merkt, bricht seine Welt zusammen. Kommen. Vielen Dank.